Hi zum Tipp des Monats! Seid ihr bereit, euer Kollaborations-Game in Office zu revolutionieren? Dann lernt jetzt das Loop-Tool kennen, das nahtlos in Teams, OneNote und weiteren Apps integriert werden kann. Ihr könnt es Ihnen anschauen, das auf den Link auf dem Link zu abonnieren. Dann l'Op undац viele Applaus auf den Kopf greifen und ziehen sich an Ihren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017